Hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserer heutigen Folge des Podcasts Geschichte erleben. Mein Name ist Lea Robben-Siefgen und ich begleite alle Geschichtsinteressenten und Amateurhistoriker durch die folgenden 15 Minuten der Show. Heute geht es, wie letzte Woche ja schon angekündigt, um die Karriere des Septimius Odenatus. Und auch zu diesem spannenden Thema darf ich wieder einen Gast im Studio begrüßen. Heute ist es Frau Annika Brinkmann von der Universität Oldenburg. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, Frau Brinkmann, möchten Sie sich sonst einmal kurz selber vorstellen? Ja, gerne. Also, wie bereits erwähnt, mein Name ist Annika Brinkmann. Ich bin Studentin an der Universität Oldenburg und in diesem Semester studiere ich im Fachbereich der alten Geschichte und mein besonderer Fokus liegt dabei auf der Krise Rums im dritten Jahrhundert nach Christus. Und zu dieser Zeit gibt es einen ganz außergewöhnlichen Akteur im bürmischen Reich, nämlich den Septimius Odenatus oder wie wir ihn heute kurz nennen werden, Odeinat. Ganz genau. Und dem wollen wir heute nämlich nachgehen und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie dieser Odeinat eben zu seinem Boom gelangen konnte und welche Faktoren dabei möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnten. Letzte Woche haben wir das Thema ja schon kurz angekratzt, als wir uns mit den Geschehnissen oder der Krise, kann man ja schon fast sagen, um Rom im dritten Jahrhundert nach Christus beschäftigt haben. Zeitlich befinden wir uns heute in der Mitte des dritten Jahrhunderts und werfen einen genaueren Blick eben auf Odenats Aufstieg und vor allem auf die Jahre bis 260 nach Christus. Aber nun, Frau Brinkmann, wollen wir unsere Zuhörer ja auch nicht länger auf die Folter spannen und uns endlich damit beschäftigen, wie der bürgerliche Odeinat die Karriereleiter im Vorstieg, warum ihm zahlreiche und bedeutsame Titel verliehen wurden und vor allem welche und am wichtigsten, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es ergeben sich in diesem Zusammenhang und in der Auseinandersetzung mit Odeinats Karriere wirklich viele Fragen, die uns natürlich auch in der Forschung immer wieder beschäftigen. Man muss dabei nicht nur die Rahmenbedingungen betrachten, sondern eben auch kritisch hinterfragen, wie es sich etwa militärische Erfolge auf Odeinats auswirkten, welche Rolle Sozialstrukturen und Beziehungen spielten und letztendlich müssen wir uns auch damit beschäftigen, welche Absichten und mit welchem Motiv eben Odeinats Aufstieg erfolgte und wir in der Hierarchie eben so weit emporsteigen konnten. Also nochmal kurz für die Zuhörer, die heute ja vielleicht auch zum ersten Mal dabei sind. Es spielen also wirklich viele Faktoren eine Rolle, wenn man sich so einem Diskurs, wie wir ihn heute eben auch führen wollen, wissenschaftlich nähern will. Ja, ganz genau. Und bevor wir nun zu Odeinats selbst kommen, was glauben Sie denn, wie ein solcher Aufstieg zu erklären ist? Ja, das ist eine gute Frage. Die erste Vermutung, die mir da jetzt so in den Sinn kommt, ist natürlich das klassische Vitamin B, also Erfolg und Macht und eben auch Ruhm durch Beziehungen oder Verwandtschaftsstrukturen. Auf der anderen Seite ist eine Karriere durch besondere Leistung, also in diesem Fall vermutlich im militärischen Bereich, natürlich auch überhaupt nicht auszuschließen. Ja, das sind natürlich jetzt einige Überlegungen und die sind aber alle super, um eine Basis zu bilden, die uns eben Orientierung geben kann und auf der wir eben im weiteren Verlauf des Podcasts ja eine Antwort finden können. Und damit wir eben auch all diesen Fragen nachgehen können, würde ich sagen, schauen wir uns am besten zunächst einige biografische Angaben zu Odeinat an. Die sorgen nämlich dafür, dass wir eben dieses Karrierewunder, das Odeinat verbracht hat, grob umrahmen können. Also Odeinat wurde vermutlich im ersten Jahrzehnt des dritten Jahrhunderts geboren und er war der Sohn einer Familie der Oberschicht. Das Besondere dabei ist allerdings, seine Familie hatte nicht immer das römische Bürgerrecht. Also das war wohl erst seit Septimius Severus der Fall und Septimius Severus, das war Odeinats Urgroßvater. Und Odeinat hatte zudem einen Sohn aus erster Ehe, das war Hairan und der wird uns heute auch begleiten. Und dann war Odeinat ein zweites Mal verheiratet und zwar mit Zenobia und aus der Ehe mit Zenobia gehen ebenfalls ein Sohn hervor und das war Vabalat. Ja, der wird uns allerdings erst in den folgenden Jahren über den Weg laufen. Und zu dieser Zeit, in der Odeinat seine Karrierewunder vollbrachte, war Vabalat noch ein Kind. Also der Fokus liegt hier wirklich auf Odeinat und Hairan und letzte Woche wurde ja bereits die Thematik der Krisensituation des Römischen Reichs eben im dritten Jahrhundert aufgegriffen und die bildet nun den Ausgangspunkt für Odeinats Karriere. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man also sagen, dass es quasi die passenden Umstände waren, die Odeinat letzten Endes zu seinem Ruhm brachten? Ja genau, also die vorherrschende Situation zu dieser Zeit formte eben erst die notwendigen Bedingungen, die einen Aufstieg und wie wir ihn eben heute kennenlernen so erlaubten. Und die Anfänge Odeinats Laufbahn liegen dabei wohl in den 240er Jahren, als ihm aus der Krise heraus eben ein Sonderamt verliehen wurde. Und dieses Sonderamt tiente dazu, an der Ostgrenze des Römischen Reichs die Sicherheit wiederherzustellen und dieses Sonderamt war eben der Schutzherr und der Schutzherr, auch Exarch genannt, hatte eben einen militärischen Charakter und deshalb wurde Odeinat diesen Titel eben auch gerecht. Er schaffte es durch den Ausbau der Miliztruppen, dass wieder Ruhe an der Ostgrenze und vor allem Ruhe im Städtengebiet wieder einkehrte und vor allem nicht nur das, also einige Jahre später, 250, wurden Odeinat und sein Sohn Heiran dann in den Römischen Senat aufgenommen und auch den Titel des Exarchen führte Heiran dann. Also er hatte den Titel praktisch von seinem Vater übernommen. Okay, jetzt ist hier plötzlich die Rede von Heiran, von Odeinats Sohn und dem einfach so die gleiche Ehe umzustand, die aber eigentlich ja sein Vater doch verdient hatte. Ja genau und da sind wir jetzt eben an der ersten, ja sozusagen neuen Errungenschaft. Also Heiran hat eben die Exarchenstellung und das Senatorenamt von seinem Vater bekommen und Odeinat hat damit aus eigentlich temporär angelegten Titeln vererbbare Machtpositionen gemacht. Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich und das klingt für mich ganz danach, als würde Odeinat ja alles dafür tun, um diese Macht unbedingt in seiner Familie behalten zu wollen. Ja genau und er wollte die Macht eben nicht nur in seiner Familie behalten, er wollte auch im Prinzip eine ganz neue Herrschaftsform schaffen. So sieht das nämlich aus, denn ja diese Weitervererbung der Ämter bildete nämlich eine Grundlage oder besser gesagt die Grundlage für die Entstehung einer Herrschaftsdynastie, die sich eben ganz in Odeinats Familie befand und mit der Ernennung zum Konsular, das war dann 257 bzw. 258, kam Odeinat an diesem Konstrukt noch ein Stück näher. Er nahm einen noch höheren Rang ein. In der Forschung belegen die Quellen nicht eindeutig den konkreten Anlass zu dieser Beförderung, aber es ist unumstritten, dass Odeinat sich in den vergangenen Jahren im Grenzschutz und vor allem dem Kaiser gegenüber loyal bewiesen hatte. Und es wird vermutet, dass Odeinats militärische Erfolge 256, vor allem am Euphrat, eben durch die Ämter geehrt werden sollten. Und auch das Amt des Stadthalters kann eben für diesen Zeitraum wohl Odeinat zugesprochen werden. Wow, das sind ja wirklich einige Titel, drei bzw. vier in der Zahl und in einem wirklich nicht allzu langen Zeitraum. Also wir bewegen uns hier in der Spanne von gerade mal zehn Jahren. Frau Brinkmann, wie ging es denn dann weiter? Ja, also auf dem Weg zum Höhepunkt der römischen Krise kann man Odeinat wohl zudem, also 259 oder 260, noch als General an der Seite des Kaisers Valerian betiteln. Und während der Kriegsoperation in Mesopotamien half er halt mit. Und dadurch gelangte er zu noch mehr Rugen und Ansehen. Und 260 befand sich das römische und palmerenische Heer dann nach Valerians Niederlage ganz in seinem Befehl. Und das verschaffte dem erfolgreichen Feldherrn Odeinat eben weitere Titel. Aber ich will jetzt hier auch nicht zu weit vorgreifen. Ja, erstmal vielen Dank. Können wir daraus denn jetzt Schlüsse ziehen oder ein Bild rekonstruieren, das uns bei der Beantwortung unserer Frage, die wir uns ja zu Anfang gestellt hatten, schon weiterbringt? Nun ja, also wir können festhalten, dass Odeinat eben nicht aufgrund von vererbbaren Titeln, wie beispielsweise sein Sohn, zu seinem Ruhm gelangt ist. Natürlich kann man Odeinat sein militärisches Geschick und seine Erfolge auch hinsichtlich der Kriegsführung nicht absprechen. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass seine Karriere eben einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn sie eben nicht während dieser Krisensituation im dritten Jahrhundert erfolgt wäre, wo das römische Reich wirklich in einer Schieflage war. Und es ist auch nicht zu vergessen, dass der Aufstieg an die Spitze für Odeinat noch lange nicht vorbei gewesen ist zu dieser Zeit. Man kann nur spekulieren, zu welchen Ereignissen es wohl noch gekommen wäre, wären Odeinat und Schutz des römischen Herrschaftsgebietes beitrug, sondern er stand eben auch stets hinter dem Kaiser Valerian und dessen Sohn Gallienus, die das römische Reich zu dieser Zeit regierten. Und Odeinats Loyalität war eben uneingeschränkt und aus Sicht der Kaiser wird ihm das sicher auch einen hohen Stellenwert verliehen haben. Okay, ich fasse unsere Erkenntnisse und unser Fazit, was wir jetzt ziehen konnten, nochmal abschließend zusammen. Es ist also deutlich geworden, dass Odeinats Karriere bis dato, zunächst als Ex-Harch, dann als Senator und schließlich auch als Konsular und Stadthalter, durch die Kombination aus der Krisensituation, die als Ausgangslage galt, seinen militärischen Erfolgen, die wir ihm wirklich nicht absprechen können und die aus ihm einen Schutzpatron machten und seiner Treue und Loyalität gegenüber seinen Herrschern, die sie ja gerade nochmal erwähnt hatten, zu erklären ist. Und wie es dann danach weitergeht mit Odeinat und aber auch vor allem den politischen Spannungen ab 260 nach Christus, erfahren wir dann in der nächsten Woche. Wenn es wieder heißt, Geschichte erleben und auch in der kommenden Folge wieder mit einem interessanten Gast, der uns das Ganze dann veranschaulichen wird. Frau Brinkmann, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben und ich denke auch im Namen aller Zuhörer. Ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich hier dabei sein durfte und immer wieder gerne. Ja, nochmal vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020